Willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash. Wir sind immer noch im Terracotta Tempel, dort habe ich ja mittendrin gespeichert. Es erschreckt mich irgendwie immer kurz, dass ich dann wieder auf der Karte bin. So, oh mein Gott, habe ich nicht mittendrin gespeichert. Jetzt bin ich wieder ganz am Anfang, aber nein, man startet dann wieder hier. Also kein Problem. Oh, das ist rot. Was passiert da? Okay. Zwei kommt auch mit. Oder auch nicht. Den, 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 den. Oh, schade. Vorsicht, Mario. Ich helfe dir, ich helfe dir hier auf. Hau, ruck. Oh, das war knapp. Wenn ich nicht gewesen wäre, würdest du jetzt den Game Over-Bildschirm sehen. Haben die schön die vierte Wand durchbrochen. Hey, sieh mal da drüben. Zwei Sterne. Kleine Farbstähne. Gleich zwei davon. Einer von, einer über dem anderen. Aber wie kommen wir da nur hin? Oh nein, vergiss die Farbstähne. Wir sollten uns erstmal Gedanken über diese Lava machen. Die steigt nämlich. Jetzt soll ich auf den blauen gehen. Au. Die Münzen sind mir eigentlich ziemlich egal. Ich habe schon genug davon. Ich konzentriere mich jetzt aufs Ausweichen. Ui, das wird ja doch ein bisschen spannend hier. Aber ich denke mal, das sollte reichen. Aua. Geh. Los. Nach hinne. What? Nein. So schnell bin ich nicht. Weiter. Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Nein. Ich bin tot. Oh, wir sind hier Mario voll am Verbrutzeln und am Verbrennen. Ja, ich schätze mal, das wäre dann das Ende vom Spiel. Mario ist jetzt offiziell tot. Ähm. Also das meint Nintendo mit einem Ende, das einen zum Weinen bringt. Die töten einfach Mario. Ja. Das wäre auch ein guter Weg von Nintendo, um zu sagen, wir geben auf. Aber Nintendo gibt nicht auf. Nein, und Mario lebt auch noch. So. Der Spike, der stirbt aber. Hochoffiziell. Ah, er überspringt. Ich kann es überspringen. Gut, zu wissen. Warum wusste ich das nicht schon vorher? Ja. Ich bin auch ein Held, oder? Mir hat aber niemand gesagt, dass ich da runterfallen kann. Oh, gut zu wissen, dass ich das überspringen kann. Das ist schon... Das hätte ich vielleicht... Oh, okay. Warte. Dass ich das zweite Mal dann durchgespielt habe, da hat das Spiel ja nicht gewusst, dass ich das schon einmal durchgemacht hatte. Deswegen könnte ich das nicht überspringen. Schade. Aber immerhin hat sich das Spiel das hier jetzt gemerkt. Ging das denn dann eigentlich auch vorher? Ich muss dann also entweder Start oder Select drücken. Dann, dann, ja. Dann, ja. Ja. Ich bin jetzt mal ganz vorsichtig hier. Nein, ich wollte... Ach. Den einen weiter da, den wollte ich nicht. Darf man sich ja fast gar nicht treffen lassen. Wie weit sollte ich nochmal gehen? Okay, noch weiter. Jetzt aber. Gut gemacht, mein weiterer Freund. Und du auch, Farbeimer. Ich meine das ganz ehrlich. Wer hätte gedacht, das ist ein unrasierter Klempner. So ein fliegender... Und ein fliegender Rostpübel ist soweit bringen könnten. Ich weiß nicht, Jungs. Ganz bestimmt nicht. Versteht sich von selbst, dass hier jetzt Lust für euch ist. Mensch, das ist ja mal eine hitzige Begrüßung. Und hier ist es sowieso schon so heiß. Also, jetzt hör mir mal gut zu, du Schuff. Die werden uns diesen Farbstein schnappen. Keinen Schuss vorbeimacht. Diese hübsche Leuchtdeko gehört uns. Aber zerbricht dir nicht dein rostig kleines Köpfchen darüber. Wir haben einen tollen Platz für den Stern gefunden. Direkt in der Mitte unseres schönen Terrakotta-Tempels. So, wenn ihr jetzt freundlicherweise selbst in die Lava springen würdet. Und dann muss ich ihr nachhelfen. Okay, was war jetzt? Oh, die Musik ist geil. Okay. Was soll ich noch einsetzen? Was soll ich noch einsetzen? Genau. Oh, ich liebe diese Musik. Tanz für mich, Schwein. So, und weil du nichts Süßes bist, gibt es jetzt Saures. Zitrone im Auge. Haha. Ist ja geblendet. Geblendet. Erblendet. Energie wird aufgeladen. Was? Was machst du denn jetzt? Wo kommst du denn her? Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin hier oben. Ja, schön. Einmal den hier für den Klapp-Klapp. So. Ey, nein! Oh! Das war nicht die Reihenfolge, in der ich das machen wollte. Das war mal ganz, gar und gar nicht die Reihenfolge, in der ich das machen wollte. Aber egal, ich hab noch einen großen Hammer. Und ich unterschätze ja auch seine Stärke, also nehm ich nur einen. Und ich weiß ja jetzt auch, wo ich noch mehr herbekomme. So. Das sollte jetzt den gewünschten Effekt haben. Oder auch nicht. 50! Okay, damit hab ich nicht gerechnet. Aber wenn ich dann zweimal mit dem großen Hammer gut treffe. Dann sollte ich das eigentlich schaffen können. Hoffe ich. Ich muss jetzt nur noch diese Lava-Szene noch einmal überstehen. Weil wir sind jetzt in 10 Minuten nicht viel weiter gekommen, ne? Aber so ist das halt manchmal eben, wenn man ein Spiel blind spielt. Dann muss ich jetzt auch an Pilze denken. Hm, hab ich noch Pilze? Äh, ich habe einen. 2, 3, 4. 1er Pilz. Äh, 5, 6. Ich hab 6 Pilze noch. Sollt reichen. Oh, sortieren. Die Fähigkeit seh ich auch jetzt erst. Ah, schön. Das ist viel, das ist schon viel besser. Jetzt hab ich da alles auf einen Blick. Schön. Ah. Ah, ah. Es ist mir ein bisschen zu heiß hier. Ah. 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 Okay, überspringen bitte. Geht das nicht? Das hier hab ich auch schon mal durchgemacht. Anscheinend, äh, nicht. So, am besten nehm ich mir auch mal direkt einen Pilz, zur Sicherheit. Na, schaut mal, wie viel Schaden das macht. Und das war noch nicht einmal exzellent. Wäre vielleicht noch nett, wenn man hier den Farbstern sehen würde. Man sieht das prozess von dem. Okay, ich kann's auch 25 reduzieren. Pilze kann ich mir bestimmt auch im Laden kaufen. Deswegen, deswegen, nehm ich mir zur Sicherheit noch einen. Wenn er mich jetzt noch einmal mit einem positiven Teil vertrifft, dann bin ich schon tot. Und dann geht's mir erst mal. Und dann wird es mir vor. Und dann geht's mir vor. Und dann geht's mir vor. Ich mach mir jetzt mal nicht. Und ich mach mir, wenn ich dich jetzt noch meinen, weil ich mirke meine T-T. Okay, das hat auch viel gebracht, sehr schön. So, dann ich noch den hier. Habe ich es geschafft? Ah, fast. Ich habe keinen großen Hämmer mehr, deswegen Sparschwein-Kopie. Los geht's, Sparschwein! Ah, hat noch nicht ganz gereicht. Mist. Aber egal. Wie sollte das jetzt eigentlich hinkriegen? Ich hoffe mal, dass das ausreicht. Ah, hat ausgereicht. Und ich hätte jetzt fast meinen A-Knopf kaputt gemacht, so fest habe ich da reingehauen. Aber das Ding ist stabil. Meine Hände sind schwitzig. Damit fasse ich eigentlich nicht gerne Controller an. Oh, jetzt verstehe ich auch, wie man da zu dem anderen Stern kommt. Das hat jetzt angefangen, sich zu senken, stimmt's? Jetzt die Frage, kann ich mir den einen auch noch holen? Das versuche ich dann jetzt gleich mal. Oh, ich sehe noch, dass sie fehlt. Oh, schaut mal, was ich da noch gefunden habe. Dieses Ding. Oh, hier waren wir noch gar nicht. Man wird immer noch nicht meine Frage, wie ich da hinten hinkommen soll. Jetzt gibt es ja unsere Sprache Blöcke oder so. Ah, Tatsache. Au. Das war jetzt auch nicht meine Absicht. Aber immerhin haben wir jetzt das gelöst. Ich hoffe, da kommen wir jetzt etwas schneller durch. Ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal. Erstmal, eine Schlacht ist weg. Hier sind die Probleme. Die Belohnungen kann ich danach noch einsammeln. Hier kann man sehr schnell Geld herkriegen. Also, falls du mehr Geld brauchst, kommt hier hin. So als kleiner Tipp. Auch interessant, dass mal ein bisschen mehr über Stachis geredet wird. Über die wird ja fast gar nicht geredet, ne? Die sind eigentlich immer nur so Gegner, die sind da. Aber die kriegen nie wirklich mal irgendwas. Die werden niemals irgendwie angesprochen oder so. Ich weiß den Namen eigentlich auch nur aus so Mario-Party-Minispiel-Beschreibungen. Ey, wenn man sich nur einen Schritt verläuft. Och komm schon. Der hat mich noch nicht immer mit seinen Stacheln berührt. So, jetzt... Eigentlich passt diese Musik überhaupt nicht in die Umgebung, aber es ist trotzdem cool. Der hat mich noch nicht in die Umgebung, aber es ist trotzdem cool. Sterbt, ihr alle. Oh, ich liebe diese Musik. Das, die liebe ich nicht. Ich hoffe, ich muss diesen Stacheln nicht nochmal besiegen, das wäre blöd. Dann hätte ich mir nämlich neue Karten geholt. Aber das sehen wir ja gleich. Ansonsten kann ich ja ganz einfach nochmal das Level verlassen. Ja, ich bin zum Glück wieder hier drauf gelandet. Ach, der hat gute Augen, dass der mich von hier aus noch sieht. Ach man! Jetzt geht aber alles schief. Ich bin zum Glück. 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 Sieht auch nicht so aus, oder? Doch, doch, sie steigt, irgendwie sie steigt. Interessant, hier ist auch ein roter Farbstern. Aber haben wir den großen roten Farbstern schon gefunden? Boah, die steigt aber schnell, schaffe ich das denn überhaupt? Ne, sollte ich ja, sonst wäre es doch irgendwie unfair. Oh nein, 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 gar nicht gut. Oh, ich habe es noch geschafft. Ja, fast geschafft, fast geschafft. So, runter mit euch. Ey, ich will da rein, danke. Ist hier noch irgendwas? Nein? Okay. Ja, das war es dann mit diesem Part. Zu lange will ich die jetzt auch nicht machen, dass ich noch ein neues Gebiet anfange. Außerdem finde ich das immer gut, wenn man dann mit dem Anfang eines Parts ein neues Gebiet hat. Dürfen wir uns jetzt sogar aussuchen, nur wählen wollen, das ist doch toll. Dann gehen wir im nächsten Part entweder zu dem Golden Color, Colosseum. Dort ist ein großer Farbstern sogar. Deswegen gönnen wir da wahrscheinlich noch gar nicht wirklich hin. Oder wir gehen zu Vulkan Siena. Na dann, bis zum nächsten Mal. Zu Piper Mario Color Splash. Wir sehen uns. Tschau.